Musik Nochmal genauer dann in den Satzpausen, denn wir gehen aber jetzt direkt rein in das Spiel, in vielen Kontinenten jetzt in den letzten Wochen. Hatte einen kurzen Urlaub in Griechenland gehabt. Und wenn Christian wirklich früh antizipiert, wo der Ball in die Rückkehr geht, dann gibt es da alles mal in den Taschen. Wechselt die auch jedes Mal beim Training. Da war die Resonanz hoch. Der Bundesliga eine Größe von 1,97 Meter. Wenn Sie jetzt wissen, wie Christian Karlsson, ich rede über Christian Karlsson, versucht jedes Mal, das ist das Zähsystem, weil eben unterschiedliche Formen von Rückschlägen möglich sind. Das ist allerdings gut erwidert von Puka. Und dort sehen wir, um den Rückschläger zu überraschen, um dann halt auch wirklich einen langen... Das Selbstvertrauen kommt in die Rückhand. Weiterzuführen, jetzt gute Nachrichten, eigener Aufschlag Christian Karlsson. Geht es wieder schnell über den Tisch. Ja, halblang. Gut erwischt und dann sehen Sie den Nachteil vermeintlich. ...austragen werden. Aber dazu werden Sie sicherlich später auch noch mehr erfahren. Jetzt gehen wir rein wieder in Satz 3. Fällt Ihnen aktuell noch schwer. Eigener Aufschlag. Beim Aufschlag passiert. Das sind Ballwechsel. Aber wissen Sie, Titel muss man wiederholen können. Und das ist die Herausforderung von 18,19. Deswegen war dann das 5,6 sehr, sehr wichtig. Zweiter Aufschlag. Eröffnung mit der Vorhands. Christian Karlsson. Also neue Variation, um den Rückschläger Puka zu fordern. Natürlich auch wieder, dass Puka den Glauben behalten hat. Aufschlag Puka. Aufschlag Puka. Aufschlag Puka. Aufschlag Puka. Gassi. Punkt. Christian Karlsson. 10,9. Wir kriegen einen vierten Satz. Diesen Rückhand-Nachspiel-Ball von Thomas Löw Puka zu erschweren. Mitte wieder 0,2. Lang in die Mitte. Aber Mitte ist jetzt da. Lange Ballwechsel kann bei Christian Karlsson. Dann Karlsson aus. Aber es gilt jetzt Beinarbeit nicht in der Hüfte anspielbar sein, sondern gute, kleine Beinarbeit. Da geht es auf Ex-Druck auf Puka. Wieder über die Mitte. Und jetzt drei Matchbälle. Christian Karlsson. Da ist der Punkt. Wie gesagt, das war ein wichtiges Spiel.